Was? Rauschst du mir auf einmal nicht mehr? Oh, Schätzchen. Wenn mein Bruder rauskriegt, was du getan hast, dann wird er... Dann wird er was? Du hättest mich treffen können! Ja, das ist die Rache für die Sache mit den Engeln. Na los, geh auf. Komm her, ich mach dir die Handschellen ab. Hier lang! Ich geb dir Deckung! Wow, wow, wow. Warte mal rennen. Reg, sie ist noch am Leben. Sie wird zurückkommen. Und ich kann keine Kräfte benutzen mit diesem Betonzeug an mir. Was ist denn passiert? Das war eine Falle. Henk hat uns hergelockt, damit Augustin uns erwischt. Ich hab's dir gesagt. Gott, ich kapier einfach nicht, wieso er uns das antut. Weil er ein Verbrecher ist. Und Verbrecher tun sowas eben. Du hast ja wieder Superkräfte. Aber es würde dir nicht schaden, ab und zu mal auf deinen Bruder zu hören. Aber ich will nicht. Aua, aua, aua. Ist okay. Kannst du... Bitte? Oh, Reg, sie ist noch am Leben. Sie wird zurückkommen. Und ich kann keine Kräfte benutzen mit diesem Betonzeug an mir. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Das war eine Falle. Henk hat uns hergelockt, damit Augustin uns erwischt. Du musst wissen, ich hab's dir gesagt. Gott, ich kapier einfach nicht, wieso er uns das antut. Weil er ein Verbrecher ist. Und Verbrecher tun sowas eben. Du hast ja direkt Supermarkt. Aber es würde dir nicht schaden, ab und zu mal auf deinen Bruder zu hören. Wir können nicht hier durch. Okay. Hier lang. Ich geb dir Deckung. Aua, aua, aua. Kannst du... Danke. Sie ist noch am Leben. Sie wird zurückkommen. Und ich kann keine Kräfte benutzen mit diesem Betonzeug an mir. Was ist denn passiert? Das war eine Falle. Henk hat uns hergelockt, damit Augustin uns erwischt. Ich wusste es. Ich hab's dir gesagt. Gott, ich kapier einfach nicht, wieso er uns das antut. Weil er ein Verbrecher ist. Und Verbrecher tun sowas eben. Du hast ja viel akzeptiert. Aber es würde dir nicht schaffen, ab und zu mal auf deinen Bruder zu hören. Hör auf zu schießen. So kann ich mich, Augustin, nicht stellen. Aua, aua, aua. Oh, Mann. Okay, komm hier hoch. Ich versuch's ja. Äh. Befeifel. Und erledigt dich. Hab ihn. Jetzt... Aha. Sorry, keine Karnaten mehr. Machen wir es auf die Altenhübschaft. Was heißt das? Leg die Hände hier. Nicht bewegen. Na mal zu. Ich wusste, wir können ihm nicht trauen. Okay. Du hattest recht. Hätte ich auf dich gehört, wären wir jetzt nicht hier. Mhm. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann retten wir doch auch diese beiden. Mhm. Bitte. Wie willst du uns hier rausbekommen? Ich muss euch runterschießen. Nur ein Plan kann auch nur Dropman einfallen. Oh Mensch! Achtung! Ähm. Ähm. Lass meinen Bruder in Ruhe, du Miststück! Geil. Gar nicht mal vier Leute. So scheiße. Gertson! 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 Sieh mich an! Du musst loslassen! Nein! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich... Ich bin so stolz auf dich. War ich immer... Nein! Und dann! Dann... Ich bin so stolz auf dich. Nein!! Okay, weg mit dir. Weg mit dir. Ah, Mann. Und Rauchenergie wieder. Aufs Maul, verdammte Scheiße. Okay, wir brauchen gerade neuen Rauch. Neuer Rauch. Eins, zwei, drei. Und nochmal drauf. Er hat dir nichts getan. Oh, Mann. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Wovor versteckst du dich? Angst vor mir? Okay. Okay. Los, weg da! Oh, Mann. Aufs Maul. Okay, wir müssen gerade ein bisschen weg. Könnt ihr mal aufhören? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, nächste Runde. Bleib unten! Aufs Maul. Hazelnu. Weg hier, weg hier! Oh. Verstecken sich dahinter. Gebt hier noch Rechte. Noch mehr! Hier in Deckung gehen. Komm her, hol dich. Komm her, hol dich. Komm her, hol dich. Dich weg. Wirst du hin? Ah! 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 Ach! Ah! Eine Fresse. Na, was kommt jetzt? Okay, ich kann Videokraft erziehen. Toast. Okay. Okay. Video entziehen. Komm. Aha, du hast meinen Stamm gefoltert. Sehr schön. Mehr Video für mich. Mehr Video für mich. Komm, kämpft ja nicht. Trefft sie an. Ich brauch mehr Video. Hier ist keins mehr. Hier ist auch keine Energie mehr. Ich brauch auch Energie. Hier ist es. Monster! Meine Fresse. Mit dem Video. Entschuldigung, wenn ich gerade nicht so laut bin. Aber ich muss mich ein wenig konzentrieren. Miststück! Meine Presse. Okay. Hier ist Kurt Wyatt, live vom Schauplatz eines heftigen Kampfes zwischen dem D.O.P. und einer kleinen Gruppe Bioterroristen. Man sieht, wie die Reste der gewaltigen Anlage, die das D.O.P. erbaut hat, im eisigen Wasser des Puget Sound versinkt. Augenzeugen zufolge wurde die einzige Überlebende, D.O.P.-Chefin Brooke Augustine, zuletzt gesehen, als sie zu dem riesigen Beton-Turm wollte, der ihr seit Ankunft des D.O.P. vor fast zwei Wochen als Hauptquartier dient. Doch bisher haben wir noch keinen Kontakt zu Miss Augustine aufnehmen können. Inzwischen gibt es Berichte, dass in mehreren Teilen der Stadt die Bürger für das D.O.P. demonstrieren und verlangen, dass der Bioterroristenaufstand in Seattle mit allen nötigen Mitteln niedergeschlagen wird. Das war Kurt Wyatt von USTV mit einem Live-Bericht aus Seattle. Geil! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017